Hi Leute und willkommen zurück zu Life is Strange. Äh, wir müssen hier immer noch... Ja, genau. Das Ding öffnen. Hm, probieren wir es nicht unterbrechen. Okay, was versteckst du, David? Was? Blackwell Parkplatz, sie weiß etwas. Was? Was ist das? Er beobachtet irgendjemand. Das Nathan, wie er Warnschlägt. Es ist nicht, äh... Ihr Auto. Also Chloe's Auto, das ihr da... ...beobachtet. Verhoffentlich findet der Vogel noch zu seinen Eiern. Ja, das wär jetzt schon lange mal Zeit. Wer ist das vielleicht doch ihr Auto, weil das andere war ja rot. Weiß ich nicht. Das ist definitiv Kate's floor. The hospitals always freak me out. I-I hear you. Aber imagine how Kate feels. I'm so glad I get to see her again. I hope it's not too weird for her. No, she'll be stoked to see you. Who wouldn't be? I'm a little nervous. Just... Go in there and be your friend. I'll wait out here so you can chill by yourself. I was a... I was a total dick for blowing a fuse when Kate called the other day. I had no idea what shit she was going through. I don't even know what shit she was going through. I don't even know what shit she was going through. I'm your friend. I'm your friend. I'm your friend. I'm sorry. Thanks Chloe. But don't be sorry. We're all on the same team. Team Max. Let Kate know we're gonna string Nathan up by his balls then. Oh yes. I'm on it. Okay, rein da. She looks like she's still angry. She has a lot of crying. She has a lot of crying. She looks like she's still angry. She looks like she's still angry. That's good. You aren't. I'm there. Schön Ich möchte sie auch sehen Ich hoffe, das ist eine subtelte Hint, dass Sie mir die Fotos für den Buch War das so subtel? Du solltest die Bilder nehmen, Max Ich werde hier für einen anderen Tag bis meine Familie kommen und zu besuchen Wie sind sie dich? Sie müssen mich immer wiederholfen. Sie sind so schuldig, und ich weiß, sie fühlen, selbst wenn sie nichts getan haben Ich warst, wie viele Studenten von Blackwell mir geschrieben. Daniel, Mr. Jefferson, sogar Victoria Interessant Interessant Ja, ich schau mich bei dir ein bisschen um, ne? Bobcat Da müssen wir übernana Okay Hm, komisch Also, ich finde es Ich fände es jetzt ehrlich gesagt ein bisschen kacke den ganzen Tag hier rumzuhängen und so rumhängen zu müssen Liebe Kate, ich wollte Ihnen nur eine schnelle Besserung wünschen und Ihnen versichern dass die ganze Blackwell Akademie für Ihre Rückkehr betet Die Schüler und das Lehrpersonal haben eine Veranstaltung im Namen organisiert und nie zuvor habe ich eine solche Welle der akademischen und gemeinschaftlichen Unterstützung eines Mitschülers gesehen Ich weiß, unter den gegebenen Umständen mögen meine Worte wenig bedeuten aber es ist wichtig, dass sie wissen, wir denken an sie und wenn sie in irgendeiner Form Hilfe benötigen, zögen sie bitte nicht zu fragen Ich mag sie nicht Ich mag sie nicht Natürlich Nathan nicht Victoria, Alyssa, Trevor, Rory, Hayden, Justin, Stella Lieblich Kate Wir haben Exit auch unterschrieben Kate, ich weiß, du hast mich aus gutem Grund aber ich will dich nur wieder lächeln sehen Sag mir, wenn du irgendwas brauchst Okay, ja, die ist vielleicht gar nicht so übel wie sie immer tut Also die in der Mitte sieht irgendwie aus wie die von Big Bang Theory Äh, wie heißt sie? Hab ich vergessen Amy Genau heißt sie Aber es ist vielleicht nur meine Weine Aber es ist vielleicht nur meine Weine Ja, ein Jesusfoto, toll Das ist ziemlich nett von Taylor Das ist ziemlich nett von Taylor Ja, Quatsch Ja, Quatsch Äh, Victoria Äh, Victoria Bitch, was du sagst? Das stimmt Ich denke sie ist unsicher Ich denke sie so Ja, ich glaub sie ist nicht Dämlich Dämlich Ich denke sie Ich glaube sie ist nicht Ich denke sie ist nicht Oh, nicht cool. We need to plan, like, a tea-shop tour of Portland. Oh, yes. And you could bring Warren along, too. Warren? What do you think of Warren? Oh, smart and silly. He's got such a good heart. I tell you. And he's a cutie pie. You know he likes you. I'm going to the drive-in with him, so we'll see. With everything that's going on, a date seems weird. No, you deserve that. Kate Marsh, matchmaker. I'm glad somebody is looking out for my love life. Even angels need angels, Max. That's right. And what do you think of this cutie? I'm this close to getting all the info I need about Nathan. Nathan Prescott has to pay for what he did. Oh, yeah. And we have to stop him from hurting anybody else. Well, I did get his ass suspended, so. That might be a start. You did? Oh, right on, Max. I love how fearless you are. So what is going on with him now? The Vortex Club is not going on. I assume he'll show up at the Vortex Club party tonight, like nothing happened. And nobody can do anything to him after what he did. No. We're going to stop him. I just have to find Nathan's room number, get inside, and get the clues I need. Max, please let me help. I can't do this without you. Now it's time for Nathan to watch out for us. I have to get back to our mission. You don't know how much it means to see you again. I do. That's why I love you, Max. Thanks for taking care of my bunny. Du sagst das mal wieder. Alice. Sie nennt ihr Haise Alex. Bis dann. Tschüss Kate. Mach's gut. Pessah? Das kleine Bruder wird nicht glücklich sein, wenn er uns sieht. Die Typen skaten, spielen Football. Die beiden labern über irgendwas. Das Totem steht immer noch ziemlich beängstigend da. Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Du kannst nicht einen Artist zu arbeiten. Ich fühle mich totaler, aber es ist eine schweren Woche zu fokussieren. Kein Verrückung. Ich bin stolz von dir, dass du so viel über einen Traumlosen Freund bist. Und ich habe Hoffnung, dass du viel Zeit hast, um zu finden. Du kannst nur in der Hand zu setzen. Danke, Herr Jefferson. Ich werde definitiv da heute sein. Ich auch. Ich werde Max' Date sein. Du besser mit uns mit uns. Du bist hier mit uns. Du musst dich auf deinen Tisch setzen. Du musst nicht auf deinen Scheiben fragen, ob dich mit den Kindern aktivieren sollen. Ich habe viel Freude. Ich habe dich zu freuen. Was finde ich hier? Sie sind da. Ich werde dich im Schaden finden. Tauch! Die Hände sind gut. Justin? Where is Justin? But the painting The painting Okay, das ist schon so gut. Okay, das ist schon so gut. Was ist das für eine Party? 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 Die Typen spielen da rum. Kann ich mit dir reden? Ich bin wieder mit ihr mit Drohnen. Interess mich immer noch. Ja, ja. Was sagst du denn mal? Ja. Ja. Du hast einen Aufmerksamkeit. Quasi. Ich will ja nicht eine Verküttung mit ihr. Du bist scheiße. Eifersüchtige Kuh. Ja. Ja. Äh, die Tiere. Die Wale. Äh, die Wale. Ich kann keine Antwort aufgeben. Ich kann keine Antwort aufgeben. Sieh. Schön. Ja, kümmert sich schon gut um diese Tierchen Ähm, darüber haben wir jetzt noch nie gesprochen Über die Vögel Tabanga? Äh, die Menschen? Mal über den nächsten Reden Er hat es verdient Oh ja Äh, Kate Äh, Schicksal Äh, Schicksal Er wurde hier Das hoffe ich auch Was? Was? Warum? Ja, das finde ich auch gut Rachel zuerst Du glaubst, sie lebt? Ich weiß es wohl wahr Du bist so intelligent, Samuel Du einfach von was? Ich weiß es auch nicht Mir auch ganz und klar nicht Ja, das hat er ja gesagt Kann ich dich fotografieren? Kann ich nicht Okay, das nächste Mal reden wir hier mit Miss Grant Und, ja Ich würde sagen Beenden wir das für jetzt Also, bis dann, Leute